Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenobl Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenobl Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal sind wir endlich zur Kolonie 9 zurückgekehrt. Ihnen steht nämlich ein Krieg bevor und den müssen wir versuchen zu verhindern. Ja, immer Zeit zu essen. Aha, die alte Gegend, wie habe ich dich verbisst. Ja, wir müssen jetzt erstmal zum Schlagfeld, ne? Da oben sieht man schon so einen Teil davon. Ach, die alten Stufe 3 H, sonst erinnert ihr euch noch an die? Die mochten uns damals nicht besonders. Ja, wir müssen jetzt zurückkommen. Uni? Du bist okay? Ich fühle mich einfach aus. Das ist wo wir nachdenken. Das ist wo wir nachdenken. Oh, ja! Du hast wirklich eine große Sache gemacht. Nichts. Ich wollte nur einen. Alle anderen lachen in meinem Gesicht. Sie sagten, dass ich hier nie einen finden würde. Jeder, aber ihr und Zeon. Du musst erinnern. Du bist nicht der Typ der Leute, der machten Menschen, wenn sie versuchen, sie zu versuchen. Du helfen Menschen in need. Du hörst. Ich weiß, dass du all diese Sachen gemacht hast. Aber du wissen nicht die ganze Geschichte. Oh, ich bin sicher. Es gibt keine solche Sache, als ein Traktor, der sich ohne Grund verbindet. Be es Kevis oder Agnes. Ich weiß nicht. Du hast viele von meinen Bekannten verlassen. Mal. Mal und Mal wieder, hast du die Todes geschaffen. Hilf die Überlebte. Auch ich. Ich weiß, dass du nicht Licht auf Menschenleben machst. Ich sage, dass du das verstehst. Danke. Ich weiß nicht. Aber ich kann nie ein Freund mit dir, den ich früher war. Du hast keine Sektur, dear. Ich war nicht zu dir, Lance. 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 Ich war nicht zu dir. Ich bin zu dir, dass du zu dir sterben. Ich bin zu dir. Ich bin zu dir. Ich bin zu dir. Ich bin zu dir. Aber wenigstens kann ich dort dann endlich die ganzen Sachen einholen. Das wollte ich ja schon in der ersten Folge machen, da das Zeug zu holen. Aber ich konnte nicht. Vielleicht darf ich jetzt endlich. Hm. aggiungen. Wer ist Gravity? sie war was wir zu besprechen diese sollten wir tun aber wir kämpfen auf unsere eigenen Beziehungen wir werden das durch wir sind eine Beziehung zu Kolonien 9 vielleicht war es nicht sehr lange, aber es gab uns einen Ort zu sein aber nicht mehr einfach schau dich wie schwer ist es für dich zu akzeptieren, dass jemand einfach eine gute Sache ist? hey? holen Sie eine Beziehung mhm tschau Lance wie oft braucht er, nicht zu sich abandone zu seinen Gefühlen? hast du in gebeten? ne, das lächelt er mal wenigstens lächelt der Typ endlich mal zack direkt die ewige Klinge gegeben um Gottes Willen 15 muss ich aufhalten der eine schläft einfach schlafen lassen wenigstens gleich richtig viel Zeug so ich kenne auch die Synchro aktivieren dort nur auf den ersten Schlag gewartet in die sich alle auf einen Gegner konzentrieren ist dieses Flächeneinschläfern richtig krass weil alle außer einem dann pennen ich hebe mir mal eine Ultrafähigkeit mal auf, bis der Tod ist da wird dann nochmal eine Welle kommen das wollte ich mir halt auch aufheben, ne? so das ist großartig so auf den zielen und Feuer frei so macht man Schaden, Leute und das auch noch gut verteilt du bist eh fast tot die man als nächstes nur noch einer aber damit ist die schlacht defensiv noch nicht vorbei gut dass weil die nicht hier ist der würde sich aufregen wenn ich lefnisse hier alle um die hüte ok mit dem neuen kampf ist anders das andere weg hätte mir aber ehrlich gesagt auch nur genutzt in dem punkt so das machen wir jetzt erst kaputt ich hätte ein bisschen besser ziehen sollen so sinko und abweg nur hier und tschüss das war ein tolles assoziate das ist nicht so aber sie hat gekillt ja nur hält sich immer zurück ja das ist richtig ok ok sie entscheiden ob die flamme oder kaputt gemacht werden soll oder nicht aber erst mal zurück zu kolonie 9 ja die sind hier eh level 40 ne aber ich will halt schon gucken ob ich jetzt eventuell na gut ein level 42er schmettervieh käme ich eventuell mit klar oh da vorne ist eh was gelandet was ich haben will so was fragt man eine dame nicht sion die haben jetzt bis übrigens bis jetzt gerade nichts gesagt und ich kam übrigens auch nicht an die kiste ran das war von level 40er wilfen und single da hätte ich nichts machen können so wir haben Das war's, Leon. Wo bist du? Einfach nach der Seite. Und ich muss sagen, es war ziemlich ein Sprecher. In welcher Weise? Entschuldigung. Ich verstehe. Die Dronen haben keine ästhetischen Sinne. Ihr droll skirmisch ist eine Sache. Es hat mich fast zu schlafen. Aber das hier? Ich würde sagen, die Kolonien ist eine Prüfung. Ich habe keinen droll skirmisch. Der, wo diese Maggäte überlassen wurden. Die kleine Worms plodieren zusammen mit Agnes. Und dann schützend ihre Schuld wie die Schwierigkeiten sie sind. Das ist wirklich wunderschön. Und die Kolonien ist die Kolonien. Und das geht auch für diejenigen, die für nichts zu schlafen haben. Auch zu sagen, diese Dronen ist ein Schlafen für das Wort. Für nichts zu schlafen? Ich weiß, dass wir uns als enemies sehen. Aber das ist unsere Freunde, die du sprachst. Auch Wamba. Dann... Wie leid ihr euch! Silence, Maggots! Sie müssen noch immer zu schlafen von Kriegen. Rejoin sie. You will give me great pleasure as I crash you. Was denkst du, was du machst? Die Sprachen eines Eidlers, die anderen umgekehrt. Oder die Sprachen der Rebels, die uns für uns riskieren. Was denkst du, was mehr wert ist? Pirat! Das ist nicht verabschied. Geh, Noah! Wo ist er? Stuhl Maggot! Wo ist er? Nicht wahr? Der Maggot, der auf unsere Todes... Das wird dir sein. Verdammt. Du möchtest dich, Reion? Wir wollen leben. Das ist warum wir kämpeln. Das ist es wichtig, Reion. Machen Sie sich, Reion B. Warum, du? Das ist gut für nichts, Imbecil. All die Strukturen dürfen жизнь erhöhte, gut dass ich sie auch noch unsere seite geschlagen hat die ich mal mit fertig du kommst mir bekannt vor nur stufe 24 das schaffen wir das war auch wenn jeden zweiten schlag zu blocken ein bisschen note wenn du jeden schlag block so klingel der ewigkeit ich würde mal sagen wir konnten ihm überzeugen taillon brannte auch noch zu sagen sie werden sinnlos gestorben nur damit ihr uns spaß habt ich glaube es hackt ich mache fertig das nächste mal warte ich bis ich sinken vor drei jahre aber jetzt sollte ich den nur einmal aufs maul nehmen die schläge verdienste jetzt kommt eine angriffskette wir haben noch gar nicht gesehen was sion in der angriffskette kann ne schutz und schirm steiger gut für verteidigung 35 prozent und gewährt allen streitern barriere und jedes mal wenn er reaktiviert wird 15 tapeten drauf ok das klingt nice wer von euch hat schwanken du hast schwanken dann heile ich mal erstmal alle welcher wachen er hat irgendeine wachen fähigkeit na gut glorreiche klinge dann mach mal sion schade er wurde nicht aktiviert na gut damit haben wir eigentlich auch schon gesehen was er kann wir sehen uns am ende der kette ja und der schaden hält sich in grenzen aber er hat schaden bekommen ja nein von uns weg geworfen wie kannst du nur kann sie nicht überhaupt menschen so wirklich bion ist ein echt guter verteidiger muss ich sagen also der hat ultra viel aus selbst bei dem wölfen die level 40 sind da hatte ich einen kleinen kamm und der hat eine lange zeit gegen die überlebt also der ist wirklich ein guter verteidiger so zack jetzt sind wir gleich bei der halbzeit bei dir du bist jetzt bei half life immer dieser dumme brand ständig werden meine leute wegen dir wenn ich bei sinko 3 ich bin bei sinko 3 let's go so erstmal wieder schwanken lassen hat nicht funktioniert ich konnte die 0 tragen doch noch machen ich vernichte dich wir müssen unseren freunden nichts mehr anzunehmen ich kann direkt noch mal eine angangskette machen noch mal 37.000 schaden für ihn mann du bist der brandmöbius ne du musst zeigen mit was für einer leidenschaft du leute verbrennen lässt jetzt hat er in den dreck geworfen nein ist bei denen immer noch nicht die sinko 3 fertig das sind wir müssen kurz gucken ich muss mal kurz gucken so jetzt haben wir alle euro burs immer an So, das ist Ouroboros. Es ist fütil, du kennst. Du wirst nicht ändern nichts. Du denkst, du hast ein Zukunft? Na gut, du wirst nicht. Nur die Gefahr und Bewege. Auch so, die Wahl ist meine. Lass mich hier alles aus, Commander. Unsere Konsole ist ein Monster. Unsere Flamenkloch sind verletzt. Wir haben noch nicht genug Essen, um zu gehen. Ich muss mich fragen. Was ist das Ziel? Wir haben uns geschafft. Doch nicht so wie ich hätte erwartet. Jetzt dann, hör mal. Wir haben noch nicht mehr, was wir machen. Du kannst dich nicht ernst nehmen. Dann was? Es war alles ein Scham. Das wäre so. Ja, für diese Grund, wir müssen so viel lernen, wie wir können. Über uns selbst und über die Welt aus der anderen Seite. Oh, ist das alles? Und während du Schuhleber essen? Wenn es notwendig ist, egal was der Ergebnis sein, nur wir können es ändern. Ich glaube das. Wir helfen dir auch. Nicht, weil wir schauen, dass deine Beziehung aufzunehmen, sondern einfach, dass alle Menschen leben können. Also bitte, lass uns weiterführen, dein Ziel. Ich weiß, dass du immer noch Angst hast. Aber wenn du sie eine Chance hast? Ich bin noch ein bisschen gegründet von diesen Entwicklungen. Aber ich könnte sie wegnehmen. Ja, das ist auch. Der Kommandere hat nie so sehr interessiert. Wenn Mwamba hier wäre, ich denke, dass er viel schneller agreed hätte. Freunde. Ich bin noch nicht kaufen. Diejenige, die die Behandlung machen, sollte ich sein. Ich sollte entscheiden. Ich werde es nicht mehr sagen. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Der nur ein, der sich für den Kommandern ist, ist ich. Wir sind weg. Mann, ein Weg zu gehen auf einen. Kite, er nur für die Kolonie ist. Er wird irgendwann mal wieder kommen. Also, was ist das Wort, Boss? Erstens, ich will das Zettbewerb. Was? Du meinst, mit langen Gehen? Es wird schwer, ohne etwas zu nahe. Das war der Fall bis jetzt. Ich selbst? Ich versuche es die andere Seite. Welche Seite? Wir machen Fiel. Unsere eigene Zettbewerbung. Mit unseren eigenen Händen. Wenn er sagt Fiel, er bedeutet das in dem Textbuch? Wenn die Zettbewerbung ist, einer kann die Zettbewerbung, und die Glitterradischen. Sie wissen immer was. Obviamente. Ich verstehe. Es war schwer, zu finden Zeit vorhin, nachdem du zu beschäftigen. Ja. Aber noch nicht mehr. Dann hast du es gehen? Es wird schwer, aber wir versuchen. die Zettbewerbung. Dann beginnt mit der Zettbewerbung. Es ist nicht nur die Soldaten, die wollen hier überleben. Du bist sicher, dass du etwas gelernt hast. Ich verstehe. Wir versuchen das. zu machen. Oh, und... wenn du in need of meine Unterstützung hast, einfach telefon auf mich. Ich werde dir helfen. Das ist gut, aber... sind Sie wirklich sicher? Wenn du wirklich willst, etwas zu ändern, musst du mit der Zettbewerbung. Ich glaube, dass du das gesagt hast. Ich glaube, ich glaube, einige Leute werden dich nicht lieben, wenn du mit uns bist. Es ist nicht wichtig, was ich mir denken. Was wirklich wichtig, ist, ob ich meine Zettbewerbung. Zeon, du hast überhaupt nicht verändert. Sargassem? At dieser Stelle? Nicht überhaupt. Ich dachte nur, dass du immer wieder einen alten Freund von damals warst. Du hast gewonnen, mit Worten. Ich verstehe. Vielleicht können die Leute ändern. Wow, ouch! Du hast uns Kraft. Danke. Danke. Und damit wäre diese Kolonie gerettet. Und wir haben einen neuen Helden. Sion ist ja ein richtiger Verteidiger. Also, ihr habt hier auf jeden Fall noch einiges zu tun. Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Und wir haben hier beim nächsten Mal auch noch die ein oder andere Sache zu erledigen. Hier wird es ein paar Nebenquesten geben. Die machen wir. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!